Wie die Folie das vielleicht schon andeutet, werden wir uns jetzt in dem nächsten Vortrag mit zwei Beispielen befassen, die wir entsprechend eingeben, bearbeiten. Als erstes werden wir mit einer Stahlhalle arbeiten. Wir werden uns dabei mal auf dieses Dokument beziehen vom Bauforum Stahl, Typenhallen aus Stahl. Da sind gewisse Geometrien beschrieben. Das werden wir jetzt mit Eurostar einfach mal abtippen, nachrechnen. Sie sehen, wir nehmen uns die 20 Meter Variante, 6 Meter drauf Höhe und Sie sehen hier schon als Ausblick, wie das Ganze ausgesteift sein wird.